hallo youtube na ich hoffe euch geht es soweit gut wir spielen wieder eine runde tft zusammen mit dem mit dem mastermind nur ein hallöchen mal gucken was wird wie viel chaos ich anrichten kann und wie sehr ich die youtube welt trigger hallo leute ich möchte doch die krone des taktikers nicht den pfannen wenden ich will den pfannenwender pfannenwender schmannwender ich will mein geschichtenweber emblem bauen können so so das wird nie langweilig so so Eine Verschwendung. Ja da, zack. So, hier kommst du hin. So eine Verschwendung. So, hier kommt. So, wir müssen gegen Naked. Okay. Okay. Macht er uns nackig? Ich glaube schon. Er sollte sich nicht von ihm ablenken lassen. Aber er ist ja noch nicht... Ach doch, da ist das Häschen. Er ist sogar da. Na ja. Das ist dann das Auswahlfeld, wo ich auswählen kann, was für die ganze Runde zählt. Also nicht nur für die ganzen... Also, ja, das ganze Spiel war es auch. Das ist ja nice. Cool, 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 cool. Damit du die Qual der Wahl hast. Scheiße, was wollte ich denn jetzt geben? Das. Okay. Das wird nie langweilig. Vorsicht! Die große, starke Nico ist im Anmarsch! Ach, ich bin sogar gegen eine. Oh, klar. Ähm, ähm, ähm... Ja, ähm... Das habe ich nicht gesagt. Das ist doch hehl. Ähm, ähm... Alles fein. Alles fein. Ich stecke das weg. Ah, ah, ah. Glaube ich. Du, du vorne. Du, sonst nach hinten. Dich habe ich versehenlich nach vorne gesetzt. Hm. Ja, sonst könnte ich da jetzt gerade nicht so viel machen, ne? Hm. Schwierig. Das Emblem bringt mir halt auch nichts. Ich kann dir schon mal das geben. Dann brauche ich aber dafür trotzdem noch was anderes. Schade mir. Aber es ist nicht schlimm. Wir nehmen auch eine Losing Streak in Kau. Oh, da ist noch... Oh, da ist noch mehr Spannwänder. Ich kriege gar nichts davon. Nach oben haben sie auch noch. Der Deckel, der hat mein Amun mit dem Bannwänder genommen. Sau. Ich war gerade maßlos überfordert. Für mich war kein Held dabei, den ich Bette brauchen kann. Na ja. Dann habe ich versehentlich was genommen. Seat. Äh, du hast die Pfannwänder. Das ist gut. Dann kannst du den bitte machen. Ja, ich habe ja schon zwei Pfannwänder jetzt. Yay. Dann kann ich mir so eine Taktiker-Dings bauen. Ja, das stimmt auch. Ha! Sieh dir das an! Das mache ich auch. Zitzesrad-Portal beschwört eine lebensgroße leeren Brut. Du lebst länger hoffentlich und die macht noch ein bisschen Mit-Damage. Losing Streak beendet. Sehr gut. Yay. Yay. Freunde, der Sonne ist wieder aufwärts. Nicht mein letzter. Woof. Die leeren Brut kann ich auch irgendwo hinsetzen. Ja, ich lerne hier Dinge. Mensch. Durch Zufall. Welche gilt auch, wenn du einen Klon bekommst, dann kannst du den auch vorne sitzen. Aber auch wenn du kein Item noch packen kannst. Mhm. Sicher. Ich muss gegen mein Motto kämpfen. No Tilt. Verstehe. Erst Naked, dann No Tilt. Was möchte mir das Spiel sagen? Abends hier No Tilt. Tilte mal nicht. So, Variva Hochnäsig ist jetzt auf Platz 4. Jetzt geht's wieder steilbergab. Wir können Sachen einsammeln. Ob ich die Mane bekomme, falls Mane da rauskommt. Okay. Oder einfach ein Suppel. Da kann auch Klammer rauskommen. Oh, warte mal. Das Ding brauchte ich doch da. Ja. So. Cool, 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 cool. Das nehmen wir. Wieso habe ich dich eigentlich? Ich muss doch mal hier. Achso, du bist... Du bist... ...instand. Ja. Ja, blablabla, 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 blablabla. Ich spiel gegen den Zweiten. Hallo, Lulu, ihre. Ich spiel gegen den, die Letzte. Wer, wer wessen Winstreet zerstört. Sieht schlecht für mich aus. Oh, jetzt sieht es wieder besser aus. Ja, ich kriege auf die Nase. Aber das ist auch okay. Die hat auch schon fünf Aufgaben. Ah, ja. 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 Oha. Bei mir sind jetzt Dinge passiert. Jetzt muss ich erstmal hier aufräumen. Kleines Duell gefällig. Hallo. Aha, hallo. Na ja, nicht ganz so viel Schaden befressen, das ist okay. Und es dient ja einem höheren Sinn, ne? Versuch einfach, alle anderen ganz schnell rauszuschmeißen. Ja, alles fein. Ich bin noch völlig im Reinen mit mir. Vorsicht! Die große, starke Nico ist im Anmarsch! Vergessen! Lebe deine Reise oder stirb auf meiner. Nein, jetzt habe ich die nicht mehr Zeitung. Ich bin noch nicht mehr aufgerüstet. Ich bin noch nicht dran. Ich bin noch nicht dran. Er ist immerhin ein Platz über mir. Na, also ich nehme die kleinen Herausforderungen an. Ich arbeite an was Großem. Das ist ein Geilo, der wird garantiert gleich wechseln. Lass mir das, 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 lass mir das. Ja. Die haben mir Geil nur übrig gelassen. Fast nicht. Stark. So. Das ist alles hier gerade Belastung. Paolo, du bist gerade unter mir. Platztechnisch. Wollte gerade sagen, Junge, die man nicht nur bei TFC sein kann, ne? Genau, deswegen kam noch der Einwand und das bleibt auch so. So, das ist ein Gegner für ein Tanky, Tank, Tank. Tanky, Tank, Tank. Warte mal, kann ich den Taktiker eigentlich auf meinen Monsterdingster, auf meinen Erleben? Nee, ne? Entschuldigung. Oh, Menno. Alles, was, äh, in irgendeiner Form gespawnt wird, ähm, kannst du keine eigene machen. Frech. Das wird sogar deine Vorfahren umhauen. Lebe deine Reise. Oder stirb auf meiner. So, Tanky, Tank, Tank. Dann wirst du Tanky, Tank, Tank, Main. Hallo, No Tilt. Hallo, No Tilt. Einfach nicht tilken, okay, No Tilt? Du bist schon Stufe 6, No Tilt, und ich Stufe 5. Ich hab dich weggewämpft. Oh, man kann mal No Tilt. Sehr gut. Ich sag ja, ich baue... Ich baue was Großes. Dafür muss man erstmal ein bisschen Schaden fressen. Aber wenn's dann soweit ist... Das nervt ja gerade alles. Das nervt ja gerade alles. Sag mal, ich glaube, wenn ich mich an die letzten Unterhaltungen erinnere, war das etwas, was eher für die ist, die hinten stehen. So kriegst du das mit. Mhm, hi. Mhm. So, da geht's auf beides. Da muss nur wichtig sein, dass es auch jemand ist, der AD-Fahrer macht. Aha. Mhm, mhm. Nee, warte, stimmt gar nicht. Das Item gibt's Omni-Bank. Nee, dann ist's egal. Also, Hauptsache, das Viech macht Schaden. Mhm. Aua. Naked hat mich nacktisch gemacht. Ich dachte doch, der soll sich nicht von ihm ablenken. Wow. Okay. Nice. Und gerade ein gittes Gimmick erhalten. Sorry, ich bin mit Vergolden, ähm, beschäftigt. Nimm ihn, wenn du kannst. Nimm ihn, wenn du kannst. Ja, ja, danke. Ich habe gerade meinen Geschichtenweber auf Stufe 3 bekommen. Oha. Weil ich noch ein Emblem bekommen habe. Mhm. Nimm ich. Stark. Ja, cool, dann teste mal. Oh. Hallo. Hi. Nein. Aber dein Einer ist schon ziemlich gut. Aber dein Einer ist schon ziemlich gut. Oha. Ich verteidige mich nur. Mhm. Entschuldigung. Ich wollte die noch nie so viel Schaden machen Ich will die anderen wegwumpsen Es ist okay, ich bin jetzt bei dem halben Leben angekommen Ich bin auf Platz 4 Es ist noch alles gut Oh Guck mal Was bist du? So, Tron Tut mich sorry Entschuldigung, warum ich jetzt gerade so doof geguckt habe Für die Leute, die mich angestarrt haben Ich habe hier gerade eine Fliege gesehen Und ich gucke ja gerade hinterher Sie lenkt mich ab Da wäre eine Spiegel, habe ich zufrieden Nein, die Schuhgeld ist gar nicht eröffnet Da ist nur die Sandheit drin Die würde ich theoretisch auch nehmen, aber ich würde auch einfach flissen Das Item ab Ja Tschüss Ja, mein Galio hat schon Warma Vielleicht kann das ganz gut gebrauchen Mhm Vorsicht Die große, starke Nico ist im Anmarsch Das wird nie langweilig Das wird sogar deine Vorfahrt umhauen So, nächstes Golden Hallo Paul Jo, es tut mir leid Wahrscheinlich könnte es passieren, dass ich dich raushaue Könnte passieren Ja, wird passieren, sorry So eine Verschwendung Upsi Das Gemeine ist, die Lissandra brauche ich eigentlich Ich brauche tatsächlich gerade die Lissandra nicht, weil ich durch meine Augmente das bekommen habe, was ich haben möchte Mhm Ich bekomme nach jedem dritten Win, bekomme ich ein Item Component Ist cool Mhm Das ist gerade sehr, das schmeckt sehr gut Mit anderen Worten, sie wird gerade sehr vor dem Spiel gefeedet Ja Ja Sieht man auch an meiner Winning-Streak dann nicht Mhm Das ist ein seltener Anblick Sagt sie jetzt, nachdem sie schon mehrere Videos lang sehr gut gespielt hat, ne? Aber ich hätte noch keine 15-15-Win-Streak Mhm Ich habe mich nicht in einem Video Ich weiß gar nicht, ob ich das jemals schon hatte So, Cubis, sorry Ich habe mich auf Platz 3 hochgekämpft, Freunde Mhm Sehr gut Sehr gut Es läuft Mhm Ich habe ja gelernt, dass man in so einer Runde jetzt einfach mal die Füße stillhält und nix macht und die Zinsen mitnimmt Und außen es wäre unten was zu kaufen Haben wir aber gerade nicht Deswegen Möppen wir die Viechers weg Und sammeln hoffentlich schnell Dinge ein Bunga schlägt nie Oh, nice Ja, we make it Oh, Nothilt hat er aufgerüstet, Alter. Oh, shit. Okay. Okay, Nothilt. Das gefällt mir hier gerade nicht. Warte, Nothilt, warte. Ah, es bleibt alles beim Alten. Oder, nein, in anderen Worten, easy. Gar kein Problem. Jede erblühte Blume will gesehen werden. Lebe deine Reise oder stirb auf meiner. Äh, dich wollte ich gerade nicht spielen. Ist das in Ordnung? Ähm, wenn du in Chaos spielst, ich würde gerne gegen Lulu in dir live spielen, damit du weg bist. Ach, alles gut. Ich feuere einfach meine People an, damit sie noch irgendwas vom Tisch wegkriegen. Okay. Also, ich sag's mal so, Freunde. Ich hab mir Elch gefunden. Ich hab mir Elch gefunden. Ich sag's mal so, Freunde. Ich glaub, gewinnen wir immer das nicht. Aber wir kämpfen. Das wird nie langweilig. Es muss einfach nur das Glück auf unserer Seite sein. Mal so ein bisschen Lucky treffen. Hallo, Trunk. Oh, Trunk hat aber auch ordentlich aufgerüstet. Aua. Ja, Trunk macht jetzt ordentlich. Autschi. Und das, obwohl er away ist. Yay. Das ist ja okay, ja. Was? Es nimmt keiner die Reha? Was ist los mit euch, Kiddas? Hm? Okay, okay. Danke. Danke, dass du das geschenkst. Wenn man gefüttert wird, na dann schon richtig. Ja, gut. Äh, dann kommt die dafür aus. Okay. so. Ja, das haben wir. Wen haben wir jetzt hier? Oh, der Kilt ist wirklich stark geworden. Der hat mir Aua gemacht, der hat meine Windstreak kaputt gemacht. Ja, und Vahri ist gleich raus, wenn alles doof läuft. Ich auch nicht. Ein letztes Aufbäumen von Vahri. Hallo Naked. Das geht Naked. Das ist aber irgendwie stärker geworden. Ich habe, wo es drauf ankam, habe ich Naked rausgekekelt und den vierten jetzt gemacht. Leute, es sind die kleinen Dinge, die das Leben schön machen. Dass ich das noch erleben darf, dass ich jetzt noch gegen dieses Muppet hier kämpfen kann, ist schon stark. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Bin ich ja ehrlich. Ich. 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 Schade Cool Danke fürs rauswerfen Oh oh Trotzdem nicht schlecht Immerhin vierter geworden Auch wenn Nothild auch rausgeflogen ist Der hätte ruhig vor mir noch rausfliegen können Aber hey Machste halt einfach nix Dann schauen wir jetzt mal Der lieben Nurai zu Wie sie jetzt hoffentlich das Ding holt Da geht sie wieder spannern hier Der Drunk spannert mich ja Ich schmeiß jetzt aber noch schnell Items auf meine Viecher Aber meinst du er kann dir gefährlich werden Drunk hat mich tatsächlich auch schon geachtet Ich glaube nicht Drunk und Drunk Aber ich glaube nicht Ich denke egal Dann musst du noch tankiger werden Okay das ist auch schon mal ganz gut Ja das finde ich auch blöd Dass man dann gucken kann Weißt du wie man stellt Etc Ich kann dir halt leider nicht helfen Wisst du jetzt auch nicht wie ich jetzt großartig anders stellen sollte Er hat halt einen Wohlibeer vorne stehen Und eine Ilai Ilaui Und Shen Den Amumu Der könnte auch noch Der haut halt auch noch rein So ein bisschen Aber allein bis du den Galio wegbringst Aber wenn du den weg hast Dann frisst du dich eigentlich relativ gut durch seine Abwehr So jetzt Ash komm Das mit der Schatten Ja Was schaden Für meine Ash Ja Das einzige was ich halt auch noch probieren kann Ist dass ich meine Eine Zoe darunter schmeiße Um die Items auf Irea noch zu verteilen Und auf die Sandra Das wäre noch die andere Option Wenn es gleich nicht würde Funktioniert Das Item hast du jetzt auf deine Ash gepackt Genau Weil die einfach gerade stärker ist Also theoretisch Wenn Irea auf der Auf der zweiten Stufe wäre Wäre sie jetzt Stärker wahrscheinlich Wenn wir kurz gucken Ja an der Seite können wir zum Beispiel gucken Wie viel Schaden Also Ash hat jetzt zur Runde Über 5000 Schaden gemacht Die Reha auf ungefähr über 2000 Wenn die Kay macht Der macht allerdings am meisten Schaden Aber auch Der Ball hat jetzt gerade Seine ganzen Items weg Ja da hat alles sein Items drauf Was er noch auf der Bank hatte Ja macht ja Sinn Ja ja So ich guck mal ob ich Also entweder ich Okay das ist noch ganz gut Ah Oder ich Na doch Mach ich das jetzt so Dann bekommt Dann bekommt Sie das noch Das da Jetzt nicht zu Dingsen Sondern noch das so Spar dir deine Trennen Okay Das ist noch was Seine Senna Ball hat halt Wie in der Endeffekt Ja Wie in der Endeffekt Ja Ich habe jetzt ein Item bekommen So Okay Ja ja Sehr gut Wäre der Blubuff nicht auch Eine gute Sache für deine Ash gewesen Theoretisch Weil erzielt der Träger Kills Unterstützungen Verursachte acht Sekunden lang Acht Prozent Ersteuerung Also zum einen hat Ash gerade alles Ja ja Das ist klar Sonst müsste ich halt Ash Ersetzen können Zum einen habe ich gerade Also wenn ich sie jetzt noch mal Ein zweites Mal Silbern drauf hätte Würde das gehen Das noch Die hier Und ansonsten ist Der Blubuff eigentlich auch Typischerweise Ja Allerdings Inhaltlich nur Für die Tanks Na Mage 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 okay Und auf die Apis Mhmm Deswegen auf die Lysandra Verstehe Genau Da ist Joga natürlich Von der Fähigkeit Kommen Umgeblasen schade ich so gefühlst du jede runde komplett random es kommt halt noch an wie gut sie an angreifen und so weiter die erst werde ich auch nicht das heißt ob ich den gallio leicht die dings bekomme ich drück die daumen wenn ich den golden bekomme wenn du jetzt besiegt dann also wenn du jetzt siegst dann hast du ihn glaube ich ich gebe dir deckung du bist heute ziemlich sexy schade ihr schenkt euch nichts macht ein stellungswechsel eventuell kurz vor ende sind dass du den gern bei der armo hat ein item vom mittag je mehr drauf sind quasi zum einen stark und das meine freunde war eine weitere episode von nur rei räumt auf ich wünsche euch noch viel spaß mit den anderen videos bis dann bis dahin bis dahin bis dahin bis dahin